Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Technik X auf Nintendo Switch. Und ich bin ratlos, ich weiß einfach nicht mit wem ich kämpfen soll. Das ist natürlich blöd. Am besten, die beste Siegeschance habe ich bei jedem Pokémon mit Routena. Deswegen spielen wir erstmal mit der weiter. Damit wir wieder ein paar Punkte reinholen, nicht eventuell direkt Richtung Abstiegskurs gehen. Nehmen wir mal Routena, bei der weiß ich wenigstens noch die Kniffe ungefähr. Und schauen wir mal, wie was wir kommen. Ich bin übrigens von Lurk im Bessert Hobby. Aber das wisst ihr ja, ihr seid ja bei mir auf der YouTube-Seite. Warum sage ich das eigentlich immer wieder? Ich weiß es selber nicht. Vielleicht gebe ich euch sogar schon damit auf die Erde. Den haben wir da, Forst Fires aus Frankreich, 191 Sieg um Pikachu. Schauen wir mal. Gruppe C5, eine Gruppe über mir. Schneide in Routena, los geht's. 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 es hat doch funktioniert okay ok wieso dreht er sich direkt um nach hinten nicht hat er nicht durchgeht angegriffen wie ich sein griff vereitelt habe das gibt die machten angriff stopp meine güte als natürlich klar dass ich da verliere toll das hätte ich gewinnen können aber guter kampf wenigstens einer der mit pikachu nicht immer nur selber machen wir suchen uns den nächsten kampf kämpfer kampfkämpfer und wir haben auch schon die neue herausforderung gefunden der karsten aus der niederlande mit 28 siegen ist nie gut hey feuer gegen eis wer weiß gruppe e1 ok erst als er noch nicht also da hätte ich persönlich jetzt natürlich gute chancen aber ich habe auch schon gegen so leute verloren also von daher lieber karsten hoch scheiße nimmst du bitte nicht so übel wenn ich dich eventuell eher weniger ich habe ja schon keine großen übungen mehr drin kaputt macht kaputt macht es ist was macht er jetzt mit mir sein etwas nein ich bin die luft gehüpft aber nee der macht ja so scheiße okay ich hab's überlebt okay carsten war ein guter kampf dafür dass der sqb 1 warst hast du eigentlich ganz gut behauptet gegen mich und mich ab und zu ganz schön doch ganz extrem vermöbeln aber aufgepasst so sehr schön ein sieg sein nur 15 punkte aber besser als nichts und wieso natürlich auch wieder direkt den nächsten kämpfer genau wieso den nächsten kämpfer und hoffen dass natürlich auch vorangeht neue herausforderungen gefunden aus deutschland mimi den rest kann ich nicht lesen in der aufstiegsrunde siege 345 mal gucken ob ich es vereiteln kann und wenn tut es mir leid mimi dann kannst du mimi machen mimi ist ein cooler nahe würde zu rufthena aufpassen oh groutena war vorknarkrackt mein wirklings pokémon kämpferin hier dem spiel der habe ich mich auch als nach vorknarkrack zumindest am meisten reingehängt okay jetzt aber hier ja 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 Feuer gegen Stahl! Jawoll! Gewonnen! Sehr schön! Mit Routena läuft das doch bis jetzt ganz gut. Ich weiß, das war jetzt bis jetzt noch kein Wunsch-Pokémon von euch. Von euch Abonnenten zumindest. Aber ich finde Routena einfach spitzenmäßig. Zumindest hat man mit ihr Wunsch-Cancen zu gewinnen. Ist halt hauptsächlich Fernkampf. Ja, das stimmt. Aber ich persönlich habe gegen Fernkampf nichts, solange ich gegen Fernkampf mache. Wenn man natürlich einen Nahkampf-Pokémon hat, ist es echt mies. Oh. Achso, Computer. Wenn man natürlich einen Nahkampf-Pokémon hat, ist es natürlich mies. Da braucht man schon spezielle Nahkampf-Gegner, die wie zum Beispiel Knack-Krack unter der Erde entlang dann drunter hindurch können oder wie auch immer. Dass man halt eben irgendwie doch an den Gegner rankommt. Mit manchen geht es leider nicht. Das hatten wir schon bei meinem Macho-Malkampf gegen so einen Loser zweimal, der ständig Fernkampf gemacht hat und ich hatte da nur Chance irgendwie vorbeizukommen oder wie auch immer. Und der Adrian aus Norwegen mit 40 Siegen und Mewtwo. So. Schauen wir mal. Lieber Xaroth, da erinnere ich mich doch ganz gern auch an dich mit deinem Mewtwo. Das war schon heftig. Und lieber Tobias Balzer, wenn du zu Weihnachten einen Nintendo Switch hast und hoffentlich auf Pokémon Tekken Dx, werden wir auf jeden Fall auch mal ein paar Mal miteinander kämpfen. Natürlich auch live. Ist ja klar. Und liebe Talia Börner, ich hoffe natürlich, du bekommst auch deinen Nintendo Switch. Dann spielen wir natürlich auch miteinander. Also zumindest würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, wenn ich gegen dich, Tobias Balzer, und gegen dich, Talia Börner, auch mal spielen dürfte. Wollt ihr miteinander? Also man kann ja auch im Team irgendwie spielen. Kann man hier im Team? Die spielen bei Pokémon Tekken Dx, ich weiß es gar nicht. Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht. Na gut, dann müssen wir es noch mal so machen. Flüchten ist echt nicht gut, wenn man so Pokémon wie Brutena hat. Weil wenn der Gegner flüchtet, dann habe ich echt gute Gewinnchancen. Ich habe eher schlechte Gewinnchancen, wenn der Gegner die ganze Zeit nah an mir dran ist. So, plus 50 Punkte. Sehr schön. Wir sind bei 14 Minuten in 7 Sekunden. Also einen weiteren Kampf werden wir jetzt leider nicht mehr machen, aber wir haben immerhin drei Siege erhoben. Ja, keine großartigen Siege. Immerhin waren das untere Gruppen von mir, aber immerhin welche. Ich habe ja lange nicht mehr gespielt, ich muss erst mal wieder reinkommen. Von daher lief das doch eigentlich ganz gut. Okay, das war Pokémon Tekken Dx auf Nintendo Switch mit mir von der GameBlessards Hobby. Und ich hoffe, ihr habt euer Spaß. Wenn auch nur zur Unterhaltung, bitte gerne einen Daumen hoch oben oder wenn ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Teil oder bei anderen Let's Plays von mir. Bis dahin, auf Wiedersehen und viel Spaß noch. Tschüss.